Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt hier auf dem Kanal, denn jetzt habt ihr die Möglichkeit für unsere Streams am Wochenende Musikwünsche einzureichen und wir werden die dann in unsere Playlist packen. Natürlich werden wir sie vorrangig in den Minecraft Stream packen, aber wenn wir noch genügend Plätze frei haben, kommt das natürlich auch noch in den Star Stable Stream dann am Sonntag. Außerdem könnt ihr hier in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne in Minecraft gebaut haben wollt, denn wir werden ab dem nächsten Stream am Freitag damit anfangen, zusammen mit euch auf dem Server etwas zu bauen.